Seid gegrüßt liebe YouTuber und herzlich willkommen zum neuen Video-Update heute zum Thema Deutsche Bank. Ich habe mich ganz seriös in Maises Hemd gekleidet heute. Ich dachte, wenn es um Banden geht, kleiner Scherz am Rande, wenn ich wirklich angemessen gekleidet wäre, wahrscheinlich für die Deutsche Bank, hätte ich wahrscheinlich eher mein Blütenhemd vom Marihuana-Special anziehen sollen heute. Denn das, was hier abläuft bei der Deutschen Bank, ist eigentlich mit Worten kaum zu beschreiben und zwar schon seit Jahren. Die Krönung war aus meiner Sicht der Kommentar von Ex-Vorstand Jürgen Fitschen, der anlässlich seiner 70. Geburtstag trotzdem Glückwunsch übrigens gesagt hat, man hätte in der Finanzkrise von Staatshilfen profitieren können. Dadurch wäre es wesentlich einfacher geworden, dass man die Bilanzen schneller bereinigt. Okay, alles klar, jetzt ist also die EU oder Europa das Schuldige am Niedergang der Bank. Es ist einfach unglaublich, diese Arroganz, die hier an den Tag gelegt wird. Fakt ist, dass die Deutsche Bank die Digitalisierung komplett verschlafen hat. Damit waren wir zwar nicht die einzige Deutsche Bank, bei welchem nicht, aber trotzdem. Das ist mein einziger Dach ein ganz, ganz, ganz großer Faktor, warum man heute mit Kapitalrenditen von drei Prozent rumkrebst und die Konkurrenz weltweit enthält ist sogar auch die europäische Konkurrenz. Allein deswegen zeigt ja auch schon, dass dieses Argument Europas, der Schuldigen, absoluter Witz ist. Digitalisierung mache ich gleich nachher vorab. Natürlich muss man sagen, wenn man die Gründe untersucht, warum die Aktie so abgestürzt ist, warum die Deutsche Bank quasi droht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, sind natürlich die vergangenen Skandale ein ganz, ganz großer Faktor. Und ich habe mir das mal herausgeschrieben, wo die Deutsche Bank überall beteiligt war. Überall, wo es irgendwo auf dieser Welt einen Skandal gab, im Finanzbankensektor, war die Deutsche Bank dabei. So zumindest liest ich das Ganze. Egal, Hypothekengeschäfte in den USA, Geldwäsche in Russland, Verstöße gegen das US-Embargo im Iran, im Devisenhandel, bei Zinsmanipulationen, bei Manipulationen vom Gold- und Silberkreis, überall war die Deutsche Bank mit dabei, meistens vorne mit dabei und hat so in den letzten Jahren Milliardenstrafen hinnehmen müssen, die natürlich extrem viel Substanz geraubt haben und die die Deutsche Bank gezwungen haben, eine Kapitalenerhöhung nach der nächsten am Markt zu platzieren. Das ist natürlich, ja, wie soll man das sagen, da stinkt der Fisch von innen raus, ja, das sind kapitale Fehler, unseriöse Machenschaften, die da verantwortlich waren. Natürlich, letztendlich geht es auf den Vorstand zurück. Offenbar hat man den Laden einfach nicht im Griff gehabt. Man hat versucht, für Profitabilität quasi alles zu machen und hat dabei die Grenzen der Legalität überschritten. Und man kann noch sagen, okay, damals in der Hypothekenkrise in den USA, da waren viele andere Banken mitbeteiligt, da waren alle mit dabei, mehr oder weniger, aber die meisten haben wohl daraus gelernt und die Deutsche Bank hat scheinbar nichts daraus gelernt. Anders sind die Skandale, die danach gekommen sind, nicht zu erklären. Soviel dazu, jetzt aber, sorry, übrigens wegen meiner Stimme, ich bin immer noch leicht erkältet. Nun aber zum Thema Digitalisierung, genau. Im April war ja dieses legendäre Statement der IT-Chefin Chris Hammons, die damals, Kim Hammons, sorry, die damals ja gerade ein paar Monate im Amt, eineinhalb Jahre im Amt war und die hat gesagt, die Deutsche Bank sei das dysfunktionalste Unternehmen, für das sie jemals gearbeitet hätte. Das ist natürlich eine Aussage und sogar der jetzt wieder Ex-CEO John Green hat 2015 mit seinem Amtsantritt gesagt, dass die IT lausig sei, die Deutschen Bank. Und noch besser, ist einfach unglaublich, Hammons hat dann damals ausgeführt, dass unter ihrer Ägide in den eineinhalb Jahren die Zahl der IT-Systeme von 45 auf 32 reduziert worden sind. Jetzt müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben 45 verschiedene IT-Systeme gehabt. Und die konnten dann immerhin auf die Zahl von 32 reduziert worden. Und die Zielgröße liegt bei vier IT-Systemen. Ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, was für eine gigantische Aufgabe da die Deutsche Bank vor sich hat, um dieses Chaos, das da herrscht im IT-Bereich, zu lösen. Und ich denke, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, wenn man auch die Zukunftsperspektiven betrachtet und wenn man vielleicht auch in Richtung Digitalisierung denkt, warum die deutschen Banken, oder speziell die Deutsche Bank, die Digitalisierung so verschlafen haben. Die sind so mit ihrer eigenen IT beschäftigt gewesen und damit quasi ihr Chaos intern zu beseitigen, dass wohl da so viele Management-Kapazitäten draufgegangen sind, dass der große Blick für die weiteren Entwicklungen komplett aus den Augen oder überhaupt gar nicht getan worden ist. Also da hat man natürlich überhaupt keine Gedenken gemacht, wie es da eigentlich global weitergehen kann und wie, was für rasente Veränderungen sich im IT-Bereich im Moment abspielen. Und da muss ich auch nochmal auf Wirecard zurückkommen, die ich ja im letzten Video besprochen habe. Da gibt es jetzt auch ein neues Zitat, gerade von heute. Da haben sie den jetzigen deutschen Bankchef Christian Seewing auf Wirecard angesprochen und dann sagt er, Wirecard hätte sich in einer Nische des Zahlungsverkehrs eingenistet. Die Leistung sei imposant in dem Bereich, gibt er zu, aber er sieht Wirecard nicht als Konkurrent oder als Gefahr für die Deutsche Bank. Also so eine Aussage, die sagt mir einfach, dass da die Bankmanager in erster Lage immer noch überhaupt nicht verstanden haben und einfach nicht von ihrem hohen Ross runterkommen. Natürlich hat Wirecard ein anderes Kerngeschäftsfeld als eine klassische Bank. Aber was da vollkommen übersehen wird, sind die Entwicklungen, die in der USA heute schon, die sich in der USA heute schon ergeben, im Gange sind, dass nämlich Firmen, Fintech-Firmen wie Square, die auch im Bereich Mobile Payment unterwegs sind, schon längst expandieren in den Bankenbereich. Jetzt hat Square zum Beispiel auch eine Banklizenz jetzt schon beantragt, die sie höchstwahrscheinlich in Kürze bekommen werden. Und ihren Kunden neben diesem einfachen digitalen Bezahlmanagement auch zum Beispiel virtuelle Konten anbieten oder auch zum Beispiel Kleinunternehmen Kredit anbieten, die sehr, sehr einfach da sich einen Kredit besorgen können und den auch sehr, sehr einfach wieder zurückzahlen können. Nämlich sehr einfach, indem man einen Teil von den Umsätzen, die über Square dann laufen, einfach wieder abzwackt und einen Teil des Umsätzen nutzt, um den Kredit zurückzubezahlen. So, dass der quasi zurückbezahlt wird, ohne dass der Kredit den Kredit nehmen und der Kunde überhaupt was davon merkt. Oder dass er überhaupt irgendwas dafür tun muss. Ja, es tut sich hier so viel in dem Bereich und ich habe den starken Eindruck, dass hier deutsche Bänden massiv die Entwicklung verschlafen. Und übrigens nicht nur die deutschen Bänden. Das Lustige ist ja, dass dieses ganze Bereich Digital Payment, dieses Payment Processing, also die Abwicklung von Zahlungen, ja durchaus ein Thema war bei deutschen Banken und auch bei internationalen Banken wie zum Beispiel der RBS, Royal Bank of Scotland, dass man sich aber sukzessive in den letzten Jahren von diesen Sparten getrennt hat. Und das zu Bewertungen, die nur einen Bruchteil dessen betragen haben, wie die Bewertungen von Wirecard und Co. und Alien, dem Newcomer an der Börse, jetzt sind. Zum Beispiel hat die Royal Bank of Scotland oder die Aideon, von denen ich euch auch schon im letzten Video berichtet habe und auch ein anderes Unternehmen, die WorldPay, die sind beide aus der Royal Bank of Scotland hervorgegangen und sind jetzt komplett eigenständig und die RBS hat nun nichts mehr davon. In Deutschland ist ähnlich, dass man irgendwie eine deutsche Payment AG gegründet hätte, wo man das ganze Know-how zusammengefasst hätte, wo sich verschiedene Banken beteiligt haben und so eine, das zum Beispiel an die Börse gebracht hätte, so eine deutsche Payment AG, Private Equity Investor vielleicht mit ins Boot geholt hätte und dann eine starke Marke jetzt hätte und eine gute Marktpositionierung, steht man jetzt quasi vor dem Nichts in dem Bereich. Man kann es nicht anders sagen. Und wenn jetzt Savings sagt, deutsche Bank sei oder Wirecard sei im Nischenbereich unterwegs, dann sollte man sich vielleicht mal fragen, wie es dann passieren hat können, dass Wirecard, die vor zehn Jahren noch drei Prozent der Marktkapitalisierung der Deutschen Bank gehabt haben, circa oder umgerechnet, oder umgekehrt, die Deutsche Bank war 37 Mal größer als Wirecard. Wie hat es denn bitte schon passieren können, dass jetzt Wirecard eine höhere Marktkapitalisierung hat, als die Deutsche Bank und die Commerzbank sogar für Wirecard aus dem DAX fliegt, höchstwahrscheinlich nächste Woche? Das ist fast schon lächerlich. Ich muss wirklich lachen, wenn ich das so erzähle. Dann heißt es, sie haben sich schön in der Nische eingenistet. Also ich sehe wirklich schwarz für die Deutsche Bank, wenn man es, also wahrscheinlich ist es schon zu spät, um einfach umzudenken. Und wenn man sich dann fragt, wie kann es weitergehen bei der Deutschen Bank, dann schrillen bei mir die Alarmglocken und wenn ich sehe, dass Finanzinvestor Cerberus sich sowohl bei der Commerzbank schon im Sommer letzten Jahres als auch jetzt bei der Deutschen Bank mit fünf Prozent beziehungsweise drei Prozent eingekauft hat, in Kombination, und zuvor haben sie schon die HSH Nordbank geschluckt, übrigens in Kombination mit JC Flowers, dem Finanzinvestor, der damals auch während der Finanzkrise die Hypo Real Estate geschluckt hat, die wiederum ja aus der Hypo Vereinsbank hervorgegangen war. Das heißt, die Haie, die Hedgefonds, Geier positionieren sich bereits. Die riechen schon die Beute, die riechen die Schwäche der Deutschen Bankaktien. Vor kurzem kam es wieder rein, weil sie Abstufungen, ja die Eigenkapitalrendite könnten maximal noch auf drei Prozent kommen. Bergenberg hat von zwölf auf acht das Kursziel gesenkt. 17 von 33 von Bloomberg gekoverte Analystenraten zum Verkauf der Deutschen Bank, also mehr als die Hälfte, gerade mal drei Raten zum Kauf der Bank. Es gilt fast schon als ausgemachte Sache, dass die Gewinnprognose wieder nicht erreicht werden wird in 2018. Das heißt, die Deutsche Bank ist schwach, sehr schwach. Und die große Gefahr, die halt ist, wenn es wirklich mal am Finanzmarkt abwärts geht, wenn die Konjunktur schwächelt, wenn wir in den USA in einer Rezession gleiten sollten, wäre das für die Deutsche Bank eine Katastrophe. Wenn andere Banken einen Schnupfen kriegen, weil die Deutsche Bank und auch die Commerzbank wären sofort mit einer Lungenentzündung auf der Intensivstation. Und genau das ist der Grund, warum die Bank so anfällig ist. Durch die mangelnde Rentabilität können die einfach solche mögliche Einmaleffekte, die dadurch entstehen können, oder hohe Abschreibungen auf hohe Kredite zum Beispiel, könnten die einfach gar nicht verkraften und sind daher quasi die perfekte Beute für Private Equity Firmen. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt eigentlich, dass weder die Deutsche Bank noch die Commerzbank noch lange eigenständig sein werden. Die Frage ist nur, was passiert genau? Kommt es heute zu einer Fusion, Deutsche Bank und Commerzbank, was sehr oft angedacht worden ist, oder muss man warten, bis es letztendlich zu einer Zerschlagung kommt und die Aktionäre dann mehr oder weniger leer ausgehen würden im schlimmsten Fall? Und da kann man aus Aktionärssicht nur hoffen, dass vielleicht möglichst schnell eine Fusion kommt oder möglichst schnell auch eine Übernahme kommt von einem größeren Player der Deutschen Bank, damit dieses Trauerspiel endlich ein Ende hat und dann von externen, vielleicht radikalen Sanierungsmaßnahmen getätigt werden. Das war jetzt ziemlich hart, ich weiß, aber ich denke, das muss einfach mal gesagt werden. Und das ist aus meiner Sicht einfach unglaublich, wie hier die Zukunft verpennt wird und mit welcher Arroganz die Banker hier weiter das Marktgeschehen beobachten und gar nicht sehen, was ihnen für eine gigantische Gefahr droht. Und ja, insofern, also mein klares Fazit, ich rate dringend davon ab, in die Deutsche Bank zu investieren, auch nicht in die Commerzbank nach wie vor. Falls ihr investiert seid, würde ich sogar sagen, das ist sinnvoll, sogar jetzt noch zu verkaufen und zu retten, was zu retten ist. Soviel für heute. Am Video am kommenden Mittwoch wird es um den DAX gehen und die Neuaufstellung des DAX beziehungsweise der ganzen DAX-Index-Familie. Hier gibt es ja am 5. September einige tiefgreifende Änderungen, die dann zwei Wochen später in Kraft treten werden. Da werde ich euch im kommenden Video mit auch alles darüber verraten, was ihr dazu wissen müsst und was mögliche Folgen daraus sind. Falls euch das Video gefallen hat, drückt den Abonnieren-Button unten, falls es noch nicht geschehen. Mit dem Glöckchen oben könnt ihr, wenn das aktiviert wird, liebe Nachrichten, sobald ein neues Video von mir online ist. Und wenn ihr das Ganze schriftlich haben wollt und viele andere schriftliche Informationen rund um das Thema Börse und Finanzanlage, klickt unten auf den Link zum Aktienreport. Dann erhaltet ihr jeden Samstag kostenlos spannende Infos und Recherchen frei Haus in eure Mailbox. Soviel für heute. Schönes Restwochenende. Macht's gut, bleibt mir gewogen. Bis demnächst. Euer Armin Brack.